ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher will, dass mehr Menschen Vollzeit arbeiten. Neben Anreizen schlägt er dafür nur noch Einschränkungen bei der Sozialleistung für jene, die freiwillig weniger arbeiten, vor. Darauf reagieren viele wie zum Beispiel SPÖ, FPÖ und die Gewerkschaft empört. Kocher versucht dann, seine Aussage beim Ministerrat am 15.02. noch einmal zu kontextualisieren. Es sei ihm nicht darum gegangen, Sozialleistungen und Familienleistungen zu kürzen, meinte der Minister. Es war auch wichtig, ganz klar zu stellen von Anfang an, dass natürlich nie die Intention der Debatte war, dass Frauen, Müttern etwas weggenommen wird, Familienleistungen und Sozialleistungen gekürzt werden. Mütter und Frauen sind tabu. Nun hat eine neue repräsentative Studie der digitalen Job-Recruiting-Plattform Stepstone die Gründe erforscht, weshalb Österreicherinnen und Österreicher ein Arbeitsverhältnis in Teilzeit bevorzugen. Doch wie schaut eigentlich die Situation am Arbeitsmarkt zurzeit aus? Wir haben ja aktuell die Situation am Arbeitsmarkt, dass der Arbeitskräftemangel immer stärker wird, die Erwerbsbevölkerung schrumpft, weil wir mehr in Pension gehen als Nachkommen. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass die Menschen am Arbeitsmarkt eher die Tendenz haben oder den Wunsch, weniger zu arbeiten. Das spießt sich natürlich ein bisschen. Von allen Befragten, die heute in Vollzeit arbeiten, sagt jeder Zweite, ich würde eigentlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, weniger arbeiten, also in Teilzeit. Das ist schon eine gewisse Sprengkraft, die dahinter steckt. Doch was sind die häufigsten Gründe, warum Menschen lieber in Teilzeit arbeiten möchten? Ja, jeder Zweite hat angegeben, um einfach mehr Zeit für mich und meine Familie auch zu haben, also das Thema Work-Life-Balance. Es gibt aber auch viele Menschen, die würden durchaus gerne länger arbeiten, können es aber nicht. Jede Dritte, vor allem Frauen tendenziell, haben gesagt, ich würde gerne mehr arbeiten. Ich habe aber die Betreuungsmöglichkeit nicht für meine Kinder. Das wäre also ein großer Hebel auch im positiven Sinne. Das ist ein Grund. Natürlich gibt es auch finanzielle Gründe in dem Sinne, dass das Anreizsystem so ist, dass viele sagen, es zahlt sich für mich gar nicht so stark aus, jetzt doch nochmal, statt 25 Stunden 30 oder 35 zu arbeiten, aufgrund des Steuersystems. In Österreich gibt es laut Statistik Austria insgesamt 3.954.237 Erwerbstätige. Davon sind 2.594.441 Personen in Vollzeit beschäftigt. Was sind die häufigsten Gründe für Erwerbstätige, bei der Vollzeitarbeit zu bleiben? Der häufigste Grund, das ist jetzt keine Überraschung, sind natürlich auch finanzielle Gründe. Es ist auch, glaube ich, nichts Unanständiges, dass man Arbeit geht, um Geld zu verdienen für sich und seine Familie. Acht von zehn haben gesagt, ich arbeite Vollzeit, damit ich auch einen vollen Pensionsanspruch bekomme. Sieben von zehn haben gesagt, ich muss Vollzeit arbeiten, sonst könnte ich meinen Lebensunterhalt gar nicht bestreiten. Doch ist das der richtige Ansatz, Teilzeit unattraktiver zu machen? Oder gibt es vielleicht andere Wege, um ans Ziel zu kommen? Mein Vorschlag wäre eher, bevor man jetzt negative Anreizsysteme setzt zu schauen, was kann ich eigentlich positiv bewegen. Jede zweite Frau in Österreich arbeitet aktuell in Teilzeit und jede dritte von der sagt wiederum, ich würde ja mehr arbeiten, aber mir fehlt die Betreuung von meinen Kindern. Also das ist ein riesiger Hebel. Den sollte man zuerst einmal in Bewegung setzen. Alles, was dazu führt, dass auch die mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit erhalten bleibt der Mitarbeiter, nicht nur seitens des Staates, sondern auch seitens der Unternehmen, würde auch dazu führen, dass mehr Menschen in Vollzeit oder länger arbeiten. Also zuerst einmal diese positiven Hebeln benutzen. Und was jetzt steuerliche Anreizsysteme betrifft, könnte man ja auch an ein positives Anreizsystem denken, denken jetzt nicht die zu bestrafen, sozusagen die weniger arbeiten, sondern die zu belohnen, die mehr arbeiten und hier mit den Einkommenssteuerklassen in den höheren Regionen zu arbeiten, dass die Leute sagen, ja das zahlt sich jetzt wirklich aus, ich arbeite wirklich Vollzeit. Da bleibt auch mehr im Börserl. Kocher geht es vor allem um die Zukunft Österreichs. Man müsste im Arbeits- und Wirtschaftsministerium darüber nachdenken, wie man es über öffentliche Maßnahmen schaffe, Wohlstand zu erhalten. Die Debatte wird die nächsten Wochen sicher noch weitergehen und wir können gespannt bleiben, wo sie hinführt.